Hallo. Hallo. Wie geht's? Es geht mir gut, danke. Und ich? Sehr gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße André. Wie alt bist du, André? Ich bin zwölf Jahre alt. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Was machst du jeden Tag? Jeden Tag ich wache auf. Wache ich auf? Ich dusche ich. Mittag esse ich. Okay. Hast du ein Buch? Ja, ich habe ein Buch. Oder? Nein, ich habe kein Buch. Okay. Hast du ein Lineal? Ja, ich habe ein Lineal. Oder nein, ich habe kein Lineal. Hast du ein Heft? Ja, ich habe ein Heft. Oder nein, ich habe kein Heft. Hast du eine Tafel? Ja, ich habe ein Tafel. Nein, ich habe kein Tafel. Keine tafel. Keine tafel. Hast du eine Schultage? Ja, ich habe eine Schultage. Oder nein, ich habe keine Schultage. Ok, gut. Das ist alles. Tschüss. Tschüss.